Charlotte Mayhoff, die Moderatorin bringt erstes Baby zur Welt Die RTL-Familie hat Nachwuchs bekommen. RTL-Aktuell-Moderatorin Charlotte Mayhoff 40, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die freudige Botschaft verkündete die frisch gebackene Mama auf Instagram. Zu einem Foto, das die Hand ihres Babys zeigt, schreibt Charlotte Mayhoff, hat mich schon ganz fest im Griff. Das kleine große Glück. Alles ist gut gegangen und wir sind dankbar, so einen süßen kleinen Kerl ab jetzt bei uns zu haben. Bitte habt Verständnis, dass ich in den nächsten Wochen hier noch nicht so aktiv sein werde. Ich melde mich dann, sobald es wieder losgeht. Ihre Schwangerschaft gab der Sender im September 2022 bekannt. Ich freue mich sehr. Und natürlich bin ich auch schon ganz gespannt darauf, wie das Baby unser Leben durcheinander wirbeln wird, so die Moderatorin damals. Für mich die schönste und aufregendste News der vergangenen Jahre, schwärmte Mayhoff weiter. Auf Instagram zeigte die Moderatorin im September erstmals ihren Babybauch. Ansonsten hielt sich die gebürtige Saarländerin mit privaten Schnappschüssen sehr bedeckt. Generell gibt die Journalistin über ihr Privatleben nur wenig bekannt. Charlotte Mayhoff gehört seit 2017 zum Team von RTL Aktuell und Peter Klöppel. 2021 stand die Saarländerin erstmals für das RTL Nachtjournal vor der Kamera. Verwendete Quellen, RTL, Instagram.com «Kreze sine pentru tine, fi egoista, linistit ci eu scriu rime pentru mine, pentru b-boyul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graperul din Toto toți MC-ul care am crescut pe scurt de la ein Pui, Salbatic, Avestu Am ajuns un animal rabdator, pragmatic, dar vestu Trai sa depasez Pluton-ul cu fiecare text pe Mafia, Parazitii, Dragon-ul, Maxi, Gespe Chimie, Rimaru, Spike, Pui, Asi, Schwabow Gras-ul, nimenea altu, Delvede, sau Carbo Trai sa va mananci verzi cu verzi card intens Trai sa crezi, crezi ce vrei sa crezi Eu va respect pe tot, dar focusez pe nivelul urmator De zici ca ma bat cu boss-ul La cat de urat...